Können wir die vielfältigen Geschichten unserer Museumsobjekte auch außerhalb der Ausstellung erzählen? Genau das möchten wir mit unserem Teilprojekt AR Panoramen mit dem Smartphone in die Römerzeit machen. Wir werden eine App entwickeln, um das Storytelling zu den Grabfiguren aus dem Museum heraus an den Ort des Geschehens zu transportieren. So möchten wir Nutzern ein niederschwelliges Angebot machen, in ihre Vergangenheit am Ort einzutauchen.